Der Sankt-Johanner-Kirchtag wird abwechselnd von der Feuerwehr Sankt Johann und der Musikkapelle Sankt Johann im Walde veranstaltet. Dieses Jahr durfte die Musikkapelle den Kirchtag ausrichten. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Nachbargemeinde Musikkapelle Schleiten. Zahlreiche Besucher feierten ausgelassen bis in den frühen Morgenstunden. Natürlich gab es auch eine Tombola mit vielen Sachpreisen und die drei Hauptgewinne wurden unter den Nieten verlost. Einer der Hauptpreise war eine von Hand geschnitzte Skulptur von Jesus Christus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020